Super mega geiler Hardcore Stream. Wann? Am 15.03. ab ca. 18 Uhr. Auf meinem Kanal, äh auf meinem Twitch-Kanal natürlich, Link ist wie immer unten in der Videobeschreibung. Und es wird mega geil, wir werden wahrscheinlich Mike wird zocken, ich werde vielleicht ein bisschen Donkey Kong zocken, Mario Kart Wii, freut euch drauf, Mario Kart Wii, und ich hab in die Hände geklärt, ich hoffe das war nicht übersteuert. Und, ja, und das wird mega geil, also freut euch drauf, 18 Uhr, schaltet ein, ich weiß nicht wie lange geht, vielleicht bis 21 Uhr, vielleicht mach ich aber auch schon 20 Uhr Schluss, ähm, ich mach zwischendurch dann auch wahrscheinlich eine Essenspause und so, aber spätestens bis 21 Uhr, 21.30 Uhr. Seid dabei, ähm, habt Spaß, und ich freu mich drauf, bis dann, und ciao!